Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Wir wollen den Lichtkompass holen. Das heißt, wir müssen nochmal den ganzen Turm hoch. Aber wir haben zum Glück den Teleporter aktiviert, sonst wissen wir ja wirklich auch nochmal durch das letzte Teil. Wobei, aber, na, das ist halt aufwendig, ne? Das ist halt aufwendig. Ich wüsste aber auch nicht, ich wüsste nicht, wo ich da irgendwas übersehen haben sollte. Wüsste ich halt echt nicht. Und wenn, dann? Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich war schon gründlich. Nachher ärgert mich nur, weil ich die Zeit verschwindet habe. Ne, wir gehen da nicht mehr rein. Ich wüsste aber echt nicht. Keine Chance. Keine Chance, dass ich da was übersehen habe. So, erstmal wieder die geile Musik, aber wir müssen sofort weiter. Wir gehen hier dem, nehmen hier den Teleporter. Damit wir vor dem Raum, wo wir gegen Delok gekämpft haben, gelangen. Weil jetzt, na, jetzt geht's ums Ganze. So, ich geh mal kurz runter. Ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, wo ich da was übersehen haben sollte. Also, keine Chance. Keine Chance. So. Dieser, das ist voll der coole Raum. Ich muss immer sagen, das ist voll der coole Raum, wo wir hier gegen Delok gekämpft haben. Ey, das ist super cool. Dann, gehen wir mal raus. Jetzt, da wir uns hier auch vollständig frei bewegen können, ne, weil hier keine Sequenz mehr kommt, wo der Dämonkönig auch wacht, können wir auch den Stempel holen. Weil hier oben ist tatsächlich der Stempel vom Turm der Götter. Ja, ja. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich auch einen Stempel holen, weil wir fehlen, glaube ich, noch, nach, mit dem, glaube ich, noch zwei oder so. Ein Stempel, möchtest du in den Niko-Stempelbuch aufnehmen? Jawohl. Eins, zwei, drei, vier. Ich tu den einfach mal ganz hinten hin. So, Väter zwölfter Mal heute, das stimmt. So, und jetzt haben wir hier den Dichtbogen können, hier die Augen abschließen. Ja, super. Und jetzt kommen wir in das wahrlich letzte Stockwerk des Turms. Ich habe nicht wo die anderen Stempel sind, weil wir gucken uns das jetzt mal an. So, wir haben Prologier, wir haben Waldforsten, wir haben Schneeschrein, Schneetempel, Bahnen von Brücke, Meeresstein, Grondor fehlt, das hat das ja nur Gidor fehlt, ey. Doch, haben wir auch. Eisquirl. Papuzia, der Wasserschrein fehlt, glaube ich, ne? Feuerschrein, Waldtempel, Waldschrein, Heilwurststadt, Papuzia, Feuertempel, der Wasserschrein fehlt, ja, ja. Der Sandschrein fehlt. Hätten wir schon mal zwei. Mach ich mal, fehlt was. Fragst du, na gut, kriegen wir schon raus. Früher hat man später. So, oh Junge, jetzt, jetzt, jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt geht's ab. Der nervigste und anstrengende Sattel des Turms der Götter. Oh Junge. Da wären wir. Ich hätte nie gedacht, dass sich unter dem Altar ein so großer Raum befindet. Lassen Sie das Abenteuer jetzt zu Ende bringen, Link. Gemeinsam schaffen wir das. Müssen wir ja, Wilder. Auf geht's. Und da geht's schon los. Wer zu, Link. Schiene hat doch gesagt, dass in diesem Schwert, ja, wir brauchen jetzt die Tropfen nicht mehr, das würde ich nicht sagen. Okay. Oh, ich will nicht. Ich will nicht. So, ich kann sowieso nichts machen. Oh, es ist dunkel. Wir waren doch schon mal in einem so dunkel Raum. Wir haben ja das nicht dort gemacht. Ja, das ist nochmal eine Zusammenfassung vor dem ganzen Scheiß. So, ich nehme jetzt mal das. Wir müssen nämlich gleich wieder runter. Es ist ein Kreuz und Quergege. Das ist jetzt schon echt, echt ernst. Fuck ja. Das macht die Staffel weg. Super. Gehen wir mal in die Lava. Ich habe schon gedacht, ey. Okay. Und zwar, das war eine eklige Angelegenheit. Beziehungsweise. Lass mich mal da auf dieses Ding. Gehen wir mal da her. Sie kann das gar nicht hauen. Okay, dann nicht. So, das ist aber zu gut. Das war jetzt gut. Was sind wir hier? Toll. Wir lieben die Dunkelheit. So, wir müssen jetzt alle den Stinger ausmachen. Leider. Oder please. Alter. Ey, irgendwo muss uns was leuchten. Noch irgendwo. Hier. So, jetzt geschieht die Tür auf. Das heißt, wir können uns das... Alter. Ihr Pisser, wer macht euch echt unberliebt. So. Wir haben das Phantom, welches wir möchten. Und dann fast... Ich mache jetzt die ganze Kacke wieder an. Da ist eine Wand da dazwischen, ne? Da kommen wir gar nicht hin. Nein, ich muss mal die Rubine holen. Da geht's ja runter. Bullshit. Da geht's ja einfach runter. Da geht's ja einfach runter. Brauchen Licht. Leute. Okay. Ja, gut. So, schau mal was. natürlich noch ein teleport aber noch ist kein teleport ding ins kirchen gekommen daher soll mir das ruhig recht sein naja das ist ja schon zwei augen in der dunkelheit bringen ihnen licht um das tor zu öffnen heißt das hier in ordnung das muss man das zweite finden deswegen wo hier unten jetzt kommen die natürlich alle hier gehts noch mal runter hier ist die tür noch zu hier gehts da noch mal runter aber das sieht ja was ich meine neue 23 räume wir haben überhaupt kein schlüssel ich werde nach rechts will ich immer rechts aber ich will die linke tür öffnen im prinzip ist egal was wir machen wir haben sowieso keinen schlüssel darum geht es jetzt nicht darum geht es jetzt nicht jetzt auch wieder ganz gar exzellent hier zum teil aber die tür aufgemacht das ist doch schwer ist das spieler ist das spieler bullschritt solch ich weiß jetzt ich weiß nicht ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich was sagen der da steht komme ich aber dann ist das Das ist doch da auf der anderen Seite, oder? Das ist doch da oben auf der anderen Seite, oder? Eben, wir kommen dich mal durch. Fühlt da durch, ey. Das verwirrt mich alles total. So, weil ich komme ja jetzt... Kann mich so in dieser Form überhaupt tragen? Doch, kann sie auch. Ja, ja. Wir gehen dann lieber mal hier runter. Jetzt läuft der Spacko nach unten. Jetzt will ich mich verarschen. Hä, warum? Oh, dieses Kackspiel. Äh. Geht schon los, ey. Ich hasse diesen Toppen. Das ist abteil, ey. Ja, gut, wenn der nach unten geht. Wenn, jetzt geht der nicht nach unten. Das läuft ja nämlich gerade aus. Pass auf. Ist das ein Spast? Ist das ein Spast, ey? Oder ist das ein Spast? So, jetzt habe ich das wieder 150 Mal. Ist viel hier. Äh, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr in Ruhe. Hier oben war das doch, oder? Ach, du herrige. Ach, du herrige. Ein Dämon ohne große Macht, er allein kennt das Geheimnis. Das schon wieder heißen, ey. Oh, das macht mir voll zu schaffen, ey. Ich kann es echt nicht haben. Das bringt mir doch wieder alles nichts. Bleib du mal chill, du mal da. Ah, das ist doch Quatsch. Ich habe den Sandstoff vergessen. So. Okay, so Wie soll ich jetzt noch hochkommen? Ich hab's doch schon wieder verkehrt gemacht, ich muss auf Zelda drauf bleiben. Du machst das ja auch so. Zelda, ich bitte dich. Oh, ja, 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 ja. Oh Gott. Königsgeschichte. Machen wir wahrscheinlich jetzt hier die ganze Mühe wegen ein paar kleinen Summle-Items. Ein kleiner Schlüssel, okay, es hat sich in der Tat gelohnt, ey. Wer hätt's gedacht? Oh, please. Okay, wir können wieder gehen. Aber gut, dass wir das schon mal haben. So. Ey, wie. Jetzt kommt der Teleport-Scheißer gleich noch. Das ist doch auch schon wieder verkehrt. Ich blick das nicht. Ich blick's einfach nicht. Das ist definitiv nicht hier oben. Definitiv nicht. Ach, weißt du was. Ach, der Goshen, ey. Aber immerhin. Gut, das hätten wir jetzt aber auch schon mit der normalen Vertoben-Zelder machen können. Aber immerhin. Gut, dass wir halt schon mal... Wollen wir mal gescheit hinsetzen hier. Das ist überhaupt nicht gut, wie ich hier da sitze. Ach. Ach. Warte mal her. Gut, wenn du da lang gehst, dann gehen wir dir einfach ganz leise hinterher. Wir machen das noch, wenn das ewig dauert, ey. Oh, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Oh. Aber ich habe nicht zu viel versprochen mit diesem Abteil. Das ist dann erstmal anfangen, ey. Wir haben einfach mal schon einen ganzen Part fertig, eigentlich schon wieder. Ne, aber noch... Ne, wobei, das sind ein Part, das ist noch viel zu lang. Das ist noch viel, viel, viel zu lang. Please! So, nee, bei derמ�脈 ist nicht vorbei. Noch nicht. So, ich schicke er mir nicht. Da ist es sauber, wie komme ich denn da hin? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ich wollte auch... Jesus. Ach Gott. Auf die normale Art geht es sicher. Das heißt, ich mache es auf meine Art. Das heißt, ich mache es auf meine Art. Okay, meine Art funktioniert nicht. Das wäre so cool, wenn sie da irgendwie durchquetschen könnte. Ich weiß, ihr schafft es nicht. Das ist doch gut. Okay, wir haben es geschafft. Mehr wollte ich doch gar nicht. Nee, das geht natürlich nicht. Irgendwas stimmt doch nicht. Erstens, wir machen mal die Tür auf. Zweitens, wir machen mal die Tür auf. Zweitens, wir machen mal die Tür auf. So ein Schlüssel, das macht schon Sinn. Also, ich bin halt verzweifelt. Ich müsste es doch mal ausprobieren jetzt. So. Ja gut, wir machen das halt hier. Machen wir halt links. Mal zu bereuen, ey. Ich werde das voll bereuen. Machen wir nochmal, was immer hier ist. Und da lassen wir es mal gut sein für diesen Part. Oh Gott. So naiv zu glauben, dass wir das in einem Part schauen. Nee, das ist voll das Monster. Monster hier. So, oh Gott. Du du dumm, du du dumm, du du dumm. Wir brauchen die Fern... Wir brauchen die... Aaaaaaah. Oh man, wir brauchen das schon. Oh Gott. Wir brauchen das Teleport-Ding. Okay, wisst ihr was? Das war's für diesen Part. Ich bedanke mich trotzdem vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, im nächsten Part machen wir das fertig hier. Macht's gut. Ich bin auf dem Kapselisches Schema. Dann meinem Kanal…